So, jetzt lasse ich euch mal ein bisschen dabei haben, jetzt machen wir uns erst einmal einen schönen Kaffee. Da haben wir so einen schönen kleinen Geist rüber gekauft. Könnt ihr mal ein bisschen zuschauen. Es dauert jetzt zwar länger das Video, ich kann es nicht zuschneiden, ich habe da so ein Programm dafür. Aber es macht ja nichts, oder? Könnt ihr mal ein bisschen gucken. Dann haben wir Wasser mitgenommen. Dann machen wir so ein Tässchen viel. Dann geben wir mal den ganzen Feuern. Dann geben wir mal den ganzen Feuern. und rüllen schon. Und rüllen schon. Und rauf das Kämtchen. Dann habe ich da so einen löslichen Kaffee. Das geht am besten da draußen momentan. Ich hoffe, dass man das jetzt alles so sieht. Ich hätte die Frühling, das ist die schönste an der ganzen Sache. Sonnenschein schön runter. Ich habe mir als allererstes einen selber geschnitzten Kaffee gemacht. Ich habe einen selber geschnitzten Löffel für meinen Kaffee. So ist es richtig. Das ist ein bisschen klobig geworden, aber zum Umrühren geht es. Der nächste wird bestimmt besser. Jetzt warte mal, bis das Wasser kocht und dann schauen wir weiter. Kommt schon schön langsam. Kommt schon schön langsam. Ein bisschen Brotzeit habe ich mir auch mitgenommen. Einfach herrlich da draußen. Wie gesagt, das Video kann ich nicht zusammenschneiden, weil ich habe ja kein Schneidprogramm. Das muss ich mir erst noch besorgen. Aber ein paar kleine Eindrücke können dazu auch sehen. Dauert halt ein bisschen länger. Aber das macht ja nichts noch. Ich werde sowieso nicht so lange schauen. Ich drehe sowieso nicht weiter oder schaut nicht aus. Das ist ja eigentlich bloß für mich gedacht. Aber ich lasse euch einmal dabei teilhaben. Ich schaue einmal da so links runter. Da ist ein Fischer. Ich schaue immer ab und zu, der was fangt. Ich habe gemeint, dass es ganz schlecht ausschaut. So, schauen wir mal. Da habe ich das mal auch beim Wanderstock dabei. Wo ich gefunden habe. Da habe ich doch mal Abzeigen darin gemacht. Da habe ich noch ein bisschen mehr Geist gegeben, dass der Film nicht so lange braucht. Ja, was soll ich sagen. Heute ist ja super herrliches Wetter. Ich habe gedacht, da muss ich raus. Als Schichtarbeiter da bist du sowieso immer im Delirium. Da schläfst du bloß und gehst in der Arbeit, schläfst du und gehst in der Arbeit. Und jetzt habe ich fünf Tage frei bis zum Sonntag. Dann habe ich gedacht, nein. Das Wetter passt. Ich muss unbedingt raus. Sonst wäre ich verrückt. Wenn ich dann zu Hause bin, werden wir ein schönes Kaltes Bier abmachen. Schön auf der Terrasse sitzen. Dann habe ich den Tag super ausgenutzt. So, ich glaube es kocht jetzt schon. Jawohl, es kocht wie die Sammeln. Ich drehe jetzt mal das Ganze ab. So. Und dann? Was will man denn mehr? In der Natur? In der Natur? Einen Kaffee. In der Natur? Und dann? Ja, sehr schön. So, draufgestellt. Umgiriert. Die Natur noch ein bisschen zuschauen. Die Vögel zuhören. So, das war´s jetzt. Das wollte ich euch bloß gezeigt haben. Jetzt bringe ich schon mit mit mir meinen Kaffee. Ich hoffe, das Vieh da hat euch gefallen, ich gehe zum nächsten Mal, euer Altbett, viert euch, das müde ich nicht mehr aus dem Bild, ihr seht dann noch schnell ein bisschen da noch, wie ich da gesessen bin und dann war es das, viert euch dann.